Takis für einen Cent! Takis für einen Cent! Machen Sie einen Witz oder kosten wirklich Takis hier einen Cent? Das meine ich ernst! Dann hätte ich zehn Takis bitte! Zehn Cent macht das bitte! Bitte sehr! Oh, ich hätte gern fünf Takis! Fünf Cent macht das, mein Kleiner! Bitteschön! Takis, einen Cent! Wer will, wer will! Moin! Der Arbeiter ist da! Guten Tag, der Herr! Wissen Sie schon, was Sie wollen? Wie viele Takis sind in einem Karton? Zwanzig? Wieso fragen Sie? Dann hätte ich gern einen ganzen Karton! Sicher? Ein ganzer Karton? So viele Takis wie heute habe ich ja noch nie verkauft! Ich lasse mir den Preis noch nicht hingehen! Ihre 20 Takis! Bitteschön, ihr Geld! Die zwei Cent können Sie sich als Trinkgeld nehmen! Der Herr! Takis kosten bei uns fünf Euro und keine einen Cent! Der Arbeiter von vorhin hat auch jeden Takis für einen Cent gegeben! Wer? Ich arbeite alleine hier! Ich sehe es nicht ein, dass ich mehr zahlen muss als die anderen! Ich habe Ihnen sogar zwei Cent Trinkgeld gegeben! Los, geben Sie mir mein zwei Cent Trinkgeld wieder! Sie sind ziemlich undankbar!